Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Sacred Gold. So, bevor jetzt die ganzen kleinen Meckerlischen unter euch kommen, wo ist denn die Reaktion zu Raichu? Ich hab keine Ahnung. Ähm, eigentlich wollte ich das... Ich weiß auch nicht, warum ich euch dann nochmal begrüße. Anscheinend hab ich das an dem Tag irgendwie vergessen, dass ich eigentlich vorher schon was aufgenommen hatte. Weil erst mal mit diesem Raichu... Also ich war traurig, ihr könnt es mir glauben, ne? Ihr könnt euch das bestimmt vorstellen. Äh, und dann hab ich gesagt, ja, okay, ich muss jetzt trainieren, bla bla. Und irgendwie... Hab ich dann trainiert. Aber ich hab die Datei... Also man kriegt ja immer so CamRake-Dateien. Anscheinend hab ich die gelöscht oder so mit der Reaktion. Ich hab keine Ahnung. Es tut mir voll leid. Das war nicht in meinem Sinn. Und, äh, ja... Auf jeden Fall... Ja, das fehlt jetzt. Das ist ja nicht so schlimm. Oder? Ja, genießt den Part. Der nächste wird nicht mehr so schön. Und... Ja. Tschüss! Wir sind bei der Top 4, das heißt mit Cam. Und ich hoffe, das geht so von der Position her. Und das ist ein bisschen überlichtet, aber ich kann nichts machen. Äh, und zwar... Ist mir ein kleiner Fehler passiert. Ihr seht schon, das Dragonier ist noch ein Dragonier. Ich habe trainiert. Ähm... Hier. Ich habe leider... Ich habe immer wieder auf B gedrückt, weil ich wollte erst... Ich weiß nicht, was ich damals erlernen wollte. Äh, hier. Dragon Dance. Dragon Dance. Ich glaube, es war Dragon Dance. Wollte ich erlernen. Weil irgendwann hat... Ich weiß... Irgendwas war... Outrage, Outrage. Auf jeden Fall habe ich dann aus Versehen nochmal B gedrückt, obwohl ich es eigentlich auf Level 63 spätestens entwickelt haben wollte. Oder 62. Und ja, jetzt ist es Level 63. Das ist ein bisschen sehr scheiße. Und, äh, ich gebe auch zu, dass ich ab Level... Mitte 57, noch ein bisschen höher, äh, kommt drauf an, welches Pokémon hier zum Beispiel, ähm, XP-Cheats reingemacht habe. Mal 4, also nicht zu hoch, wegen den, äh, EVs, aber ganz so wollte ich mir das nicht antun, ne, Digestraße. Und es sollte ja auch kein Sterben, deswegen habe ich auch nicht bei Trainern trainiert. Und, äh, hier seht ihr jetzt nochmal alles. Und hier, Gyro ist dabei. Habe ich mir so ausgesucht für Sparky. Auch wenn ich das nicht mag. Damit ihr nochmal seht. Hier, die sind sonst alle Level 62. Und wir lassen jetzt... Ich hoffe, das ist nicht schlimm, weil wir haben noch 3 Rare Candies. Also ich habe nicht mit Rare Candies gelevelt. Ich benutze jetzt eins für Dragonier. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, dass es dann Level 64 ist. Weil manche haben rumgeheult, wenn man overlevelt. Aber wir wollen es ja auch schaffen, ne. Und das ist was anderes als irgendeine andere Challenge. Und ich lasse jetzt einfach die Finger davon. Ja. Gut. Dann haben wir ein Dragoran. Ich weiß. Tja, ist halt overlevelt Pech. Ist nicht mein Problem. Hauptsache, wir schaffen das. So, und, äh... Was brauchen wir nochmal? Hier. Natürlich lassen wir jetzt Magneton auch entwickeln. Äh. Und ich habe eigentlich... Ähm... Den Ton weggenommen. Also, nicht den Ton. Was klar war ich da? Den Speed. Äh... Ich habe nur Autoframe-Skip weggenommen, weil er es sonst gelegt hätte. Aber... Das ist jetzt ein bisschen speedy. Also, ich drücke auf keine Speed-Taste. Also, werf mir nicht immer die Schuld zu. Wir haben gar keine Speed-Taste gedrückt, ey. Also, so langsam... Weiß ich auch nicht, ne. Ich sag mal nichts. Und ich tue mich nach vorne, weil ich am schnellsten bin. Würde ich fast sagen. Oder? Ich weiß nicht. Jetzt sind wir schon drei Minuten hier und wir haben noch nichts geschafft. Moment, ich muss mal kurz den Initiative-Dingens abschicken. Ne, bin ich nicht. Aber ist auch egal. Ich tue mich trotzdem nach vorne. Und wir wollen da jetzt rein. Ja, los. Lass mich rein. Lass mich rein. Lass mich rein. Okay, psch. Das wackelt sonst alles hier. Okay. Okay, ich hab Angst. Das sind Psycho, hab ich voll vergessen. Okay, da muss ich jetzt, ähm... Psycho, 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 Psycho-Gyro tue ich nach vorne. Boah, legt das. Ich sag doch, es legt, wenn ich, äh... Wenn ich den Speed runternehme. Wir machen das so 2-2-1. Das heißt, ich kriege auch den Champion. Ich hoffe, das ist nicht schlimm für euch. Ich hab auch Regi gesagt, wir können ruhig 2-3 machen, dass er den Champion kriegt. Aber er wollte nicht. Und dass es jetzt doch so schnell ist, wusste ich gar nicht. Das tut mir leid. Da kann ich nichts für. Äh, als erstes machen wir mal... Discharge einfach. Okay. Dann ein Status Healer. Einmal Full Heal. Ach ja, wer war noch einkaufen? Wir haben 69 Übertränke. Wir sind ein bisschen anfällig, ne? Ich schick mal ein Torchheit raus. Hätte ich mal Dreck gemacht. Gut. Und dann einmal Flameshrower. Einfach weg. Weg ist es. Naja. Gut. Ha, sag ich da einfach mal nichts zu. Ja, wir sind overleveled. Ja, sind wir wirklich. Krass. Wir kriegen voll wenig. Seht ihr? Deswegen 777. Scheiß, wer hat da den EP-Teiler noch? Fuck. Aber jetzt seht ihr mal, wie kacke das ist mit dem Leveln. Was kommt nochmal? Fuck. Ich hab vergessen, wer es gu... Oh mein Gott. Kommt hin. Ach, Lunatown. Genau. Deswegen wollte ich rauswechseln. Eigentlich. Egal. Erstmal Confuse Ray. Passt schon. Passt. Und kann hier denn jemand... Ach, wisst ihr was? Ich schick einfach mich. Ne, ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Ne. Moment. Äh. Ich schick Dance Queen. Oh, sauber. Und dann mach ich jetzt Dragon Dance. Ich wusste nicht, dass das überhaupt lernen kann. Äh. Ja gut. Dann schick ich einfach wieder Torchlight. Jetzt kommt auf jeden Fall Earth Power. Ich mach einfach Flames Rora. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Da. Passt doch. Passt. Jetzt wackelt unter Luft. Heilt jetzt, ne. Ich würde sagen, heilt. Gut. Heilt ja. Äh. Warum auch immer ich das jetzt gemacht habe. Ich heile. Full Restore. Nein. Nein. Warum Full Restore? Alter. So. Gut. Dann ein Hyper Potion. Passt schon. Ich mach ein Confuse Ray. Trifft trotzdem. Nja. Gleich bringt die Sonne gar nichts mehr. Verlässt ich Server. Verlässt ich Server. Okay. Jetzt. Flamethrower. Aurasphäre wäre ja, glaube ich, nicht sehr effektiv, ne. Killt nicht, ne. War eben auch nur ein Crit. Och ja. Macht auf jeden Fall. Keine Ahnung, was der macht. Keine Ahnung. Ich schick Joker. Und mach jetzt einmal Eisbischad. Okay. Ich mach mir aber hier auch ein bisschen schwer, ne. Irgendwie. Slowbro. Ich kann mich nie schicken wegen den Psycho-Attacken. Soll ich's einfach probieren? Aber da bin ich bestimmt tot, ne. Keine Ahnung. Risk. Ach, ich kann doch Spore machen. Sowas kann ich doch auch. Hier. Zack. An einmal Bulle zieht. Techniker. Boah. Okay. Ich hab nichts gesagt. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Xatun. Ich schick Uri. Ich mach's mir wahrscheinlich schwerer, als es wieder ist, ne. Wahrscheinlich. Ich mach Darkpool. Okay. Da war ich jetzt kurz nicht so. Keine Psychokinesis. Solrock. Ach. Komm. Sayu wieder. Direkt Sayu. Fuck drauf. Dann einmal Spore. Triff, bitte. Danke. Und dann hier einfach, äh. Bulle zieht. Balle zieht. Was auch immer. Da. Boah, locker, ey. Was mach ich hier die ganze Zeit? Keine Ahnung. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Fuck. Ich hab... Oh, fuck. Gardevoir. Gönne Mühe. Hätte ich mal auf Gyro doch Thunderwave gepackt. Das wollte ich nämlich erst. Da war ich aber wieder TM-geizig. Sekunde, lass mich kurz überlegen. Ja, danke. Öööö. Das kann eh wieder Fokus-Dingen. Schick mal Torchleid raus. Was soll ich sonst machen? Öööö. Was kann dazu? Keine Ahnung, was kann das? Ich muss jetzt eh erstmal in den Hyper-Porsche machen. Ja, bitte. Geht eigentlich, ne? Ja. Muss ich mal ganz ehrlich so, wie geht. Ist okay. Ich greife einfach mal an. Das... Das funktioniert gut. Nice. Und jetzt bin ich schneller und du bist down. Also trotz Overleveln ist es aber ganz schön hart, muss ich sagen. Außer ich hab mich jetzt irgendwie dumm angestellt, wahrscheinlich. Bei dem Lunatone hätte ich mich ein bisschen... Hätte ich einfach Dings geschickt. Ich hatte Angst vor... Weiß ich nicht, wo vor vor. Ich weiß es nicht. Naja. Was soll's. Ich bin's. Hallo. Gut. Dann wollen wir jetzt erstmal heilen. Ähm. Achso, ja. Ihr wollt ja bestimmt voll zugucken, weil das voll spannend ist. Voll, voll, voll. Da hätte ich auch... Ach, ne, ne. Hyper-Bortions, die Full-Restores, spare ich mir erstmal noch. Und... Ein auf Torchleid. So, und dann haben wir jetzt noch diese ganz viel Full-Heals, wo auch immer die herkommen. Zack. Und dann war's das jetzt. Ja. Oh. What? Lol! Ha! Wie geil! Eigentlich kann man... Mach das nach der Reihenfolge einfach. Aber ist cool gemacht, also... Find ich klasse. Was ist das? Gift? Gift, ne? Ähm... Sekunde. Boah. Gift. Ich schick Torchleid nach vorne. War ich Ariadus und so, vermute? Ich weiß es nicht. Okay. Ach, Koga. Ups. Ne, ne, doch. Poisen. Boah, ich dachte schon. Hä? Moment mal. Ich war bei Bruno irgendwie. Ja, ne, ne. Nee, he, he. Okay. Romot. Der neue Tubby. Aber machen wir ganz schnell. Gut. Da war wohl nix. Okay, Tentacruel. Äh... Äh... Gyro, würde ich sagen. Ja, Gyro. Mach mal, mach mal. Komm, Gyro. Zeig mal, dass es gut war, dich reinzunehmen. Mit Discharge. Sworddance, Dingens. Nochmal. Hä? Warum Sworddance? Was ist das denn für ein Tentacruel? Okay. Egal. Werden wir nie wissen. Werden wir nie rausfinden, Leute. Toxicroak. Haben wir eine Psycho-Attacke? Ne, ne. Haben wir eine Flugattacke? Nein. Habe ich vergessen, Dentscreen beizubringen. Wollte ich, glaube ich mal. Äh... Äh... Ja, dann... Wir schicken Joker rein mit Erdbeben. Ja. Sollte ganz gut sein. Außer, der greift mit Rinkeschmied an. Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Ne. Gar nichts, ey. Tschüss. Gut. Mag, bleiben wir draußen. Ich vertraue dir, Joker. Okay. Okay, das ist nicht so schwer als... Wie der andere... Als wieder andere... Lalalala. Ich schicke Torchleid mal raus. Ich weiß nicht wieso. Okay, deswegen. Haha. Wusste ich es doch. Und Crowbat. Da schicken wir nochmal Gyro. Weil der Gyro, der hält ganz viel aus. Das ist jetzt bestimmt so... Es sterben ja keine Pokémon. Das ist voll langweilig. Nicht overleveln. Egal. So. Und Rigi hat sogar gesagt... Ja, so zwischen 60 und 64. Mach mal. Ich so... Okay. Aber ich habe erst gefragt. Ich so... Ja, so 60 und 64. Ja, so... Ja, so... Und dann haben wir uns gar nicht. Also es ist nicht nur auf meinem Mist gewachsen. Und das ist gut so. Weil unser Mist riecht wie eine Blumenwiese. Ja. Okay, muss ich irgendeinen heilen? Ich glaube schon, ne? Nö. Doch, Joker. Okay. Dann würde ich mal sagen... Sehen wir uns beim Trämmchen wieder. Uh. Der Erste war ein bisschen behindert, weil ich da nicht direkt bei Lunatone links reingewechselt habe. Aber... Wer konnte das ahnen? Ich hatte einfach Angst vor Psychokinese oder so. Ich weiß nicht. Egal. Ist ja jetzt eh gelaufen. Das auch. Da. Und, äh... Ja. Bis zum nächsten Mal, Leute! Bis zum nächsten Mal, Leute!